richtig ätzend ist mir los vom stimmen ja alle nach man jetzt konnte ich da nicht mehr starten hinter uns direkt hinter uns krass wo die immer herkommen so schnell und eine kommt hier hoch so viel schaffst du nicht freundchen ganz vergessen kommt er schon wieder hinter uns einer oder was war das jetzt schon wieder was ist noch deine eigenen leute wenn man hier wird aber irgendwann droht angezeigt zu den expectations punkt steht erinnern hast du du bist jetzt hier vor mir hier in dem raum rechts wir müssen dadurch hier sind wir gleich da man genau war was hinter mir ich auch auf beide endlich habe ich mal wieder ein gut so hier war richtig doch kommen die granate die muss ich noch mal schon jetzt ach ist doch nicht sein ernst weil der schwindler ich komme hier nicht hoch ich will auch so ein jetpack haben wir muss hier immer außen rumlatschen doch ja da auch ja okay kann man auch nicht aber nervt einfach generell dass man hier ins hat dass man sich das erste arbeiten muss auch hier die prinzessin leer wieder die alte platze wieder hallo mal vor opfer warte mal die ich gerade erinnern hat uns hier nicht in der beschossen wo ist das weder die vor ein könig mann der guckt die ganze zeit nur dummes stück scheiße er bewegt sie denn der lässt einfach nur andere machen für sich jetzt ist das immer noch diese prinzessin leer platze da ich hab die noch nicht gesehen das ist irgendeiner stirbt da einfach nicht aber läuft ganz gut ja vier zu neun wunderbar immer noch an derselben stelle sag mal wer zur hölle ist denn das da hinten das ist die prinzessin länger man die lebt ja immer noch ja stimmt also irgendein hält habe ich auch getroffen da ist noch einer oder ist ja denn ich bin so scheiße also zurück der idiot gott raus hier aus dem pult können wir nicht mal außenrum irgendwie hier dass wir mal von der seite kommen das ist ja total offensichtlich hier geht nicht das wäre blödsinn das wäre quatsch aber einer hat dieselbe idee wie ich ja natürlich ach so beide gleich na klar mit einer dh 17 jetzt reicht es mir aber langsam 1000 leute mit der hat nur mich also ich auch so und dann ist ja in ordnung wenn er nur mich mit der granate am bestand und mit vier anderen da stand das ist ja okay wenn du hast halt alles abgefangen geil bestimmt genau auf der granate stand 40 sekunden ein glück dürfen nicht von ganz und macht lauf einfach jetzt konzentriert nicht aber kann man sagen kann man sagen man hat mich nicht gesehen oder was war denn meine gar warum ist ja meine granate ist zu nicht explizit man muss diejenigen gerannt ja ist klar hier wartet er in der ecke oder was wer war das da ist er 15 und wir nochmal er hat noch nicht warum noch zwei kill sie brauchen noch einen krass er wirft eine granate rein dass er wieder zehn leute gekillt oder so oder organe 8 zu 12 na ja immerhin noch immer unser punkt aus wollte an sagte schon mal alle dritte ich bin im mittelfeld 5 zu 19 einfach machte mir das ist ja bei dir schon wieder für eine unruhe ich habe mein t shirt gelüftet weil es so warm ist das ist ja eigentlich ganz schön das ist ja jetzt mal lüften hier kati du lüfte mir meine händchen kati wedel mal ein händchen ja kati hat mich gewedelt was habe ich nicht gewedelt was habe ich nicht gewedelt denn ich habe mich gesehen das war schön ich freue mich ich freue mich nach dem spielen deswegen bin ich auch so schlecht konzentriert und konzentriert erklärt meine wieserabe leistung karten habe ich dinger pistole so geht schon los oder was dauert er hier noch heute gibt es eine tägliche herausforderung 15 mit blaster ich habe meinen tanz kann mir sowas nicht leisten los naja unterschätzt die nicht die frauen da kommen erst mal tausend leute krass er wie sieht einmal kurz an zack boom tot unglaublich ich glaube die meisten die kunst liegt daran ja nicht anzulisieren sondern einfach aus der zu schieben einfach nur zeit auch jetzt kommt er von der seite ich habe aber auch irgendwie kein glück ich bin der erste der immer abgemetzelt wird aus irgendeiner gruppe könnte eine gruppe von 100 leuten sein ich bin der erste der stirbt auf jeden fall probieren ich ziele aber auch immer irgendwie ein schritt und die beine ja jetzt den kopf und auf den hals aber interessiert ihn auch nicht drei lebenspunkte noch schön das wird schon wieder ein held dahinten nach du scheiße ich verpiss mich hier stehen die immer im gang ich habe an so nach sie fertig da so du bist hier dann komme ich mal mit dir mit hob solo an solo hoops hoher hier links rechts links rechts rechts irgendwas erfasst mich hier hat er versteckt er sich hinter dir hinter dir hinter dir geht die tür nicht auf was ist denn hinter uns jetzt kommen da drei leute raus hinter dir gott meine fressen bin ich schlecht die zerstörung dieser zibana gasgeneratoren ist für diese mission in fein ey das ist einfach wirklich ick ne wir spielen in anderen modus auf jeden fall ja oder irgendwas an der hat komplett andere ich mache die alle fertig sind 16 zu drei krank aber ja wir können gleich noch ein anderer modus wenn ich hier schon mal aus wie lange dauern sind ich verstehe ja hier gehört sie zum selben tipp hehehe vor einem geilen tipp was hatte ich denn jetzt für eine waffe drin schick dich einfach echt das ist ja schon eine explication das wollte ich auch gleich abknallen Leute hier müssen jetzt zum exfiltrationspunkt der ist hier unten wie seid ihr denn? warum sind die denn alle da? was hier doch herkommt? alter das ist nicht sein ernst völlig unglaubwürdig ich weiß nicht ob die hier cheaten oder so keine ahnung aber irgendwann stimmt hier nicht richtig krass der wurde von zwei leuten beschossen und ich habe ihn an dauer also ich habe ihn unterbrochen getroffen und dann bei schwarzem Hell ne ne das war so ein ganz normaler Basterd da so schwarzen also nicht das Raider ich bin eigentlich krass wie schlecht kann man denn eigentlich zielen? oh Gott wo kommt der denn her alter Kettenblitz oh ja genau der wartet einfach nur da krass hä jetzt kommt die kanade wieder zurück die flogen voll die dumme flugbahn hä? umgebungsbombe? also ich war ja nun wirklich weit genug weg und rechts davon stehe ich nicht aha ja macht der richtig spaß hier heute ja auch mal das gemacht hat gerade eben der hätte glaube ich das ganze Team damit ausgelöscht ja mit dem Raketenwerfer ja endlich haben wir vorhin mal eine Minute 2 zu 11 2 zu 11 ne 3 zu 11 das ist doch schön ne das ist nicht mein Spiel glaube ich Battlefront irgendwie das mit zu schnell und zu weiß ich nicht ist einfach ein Dreckspiel achso du musst einfach ja ja du musst einfach mal ein paar mehr Leute töten ja du musst einfach nicht anvisieren einfach so schießen glaube ich ja funktioniert auch nicht ne wir machen jetzt hier das ganz normale super und dann vielleicht muss ich auch mal wieder die die Empfindlichkeit höher stellen kommt mir irgendwie so ein Arm vor oder so genau siehste hier kam es auf 35